Kapitel 3 Turai, das Land des Wassers Aufprall, Aufprall, Aufprall Tujas Gedanken fühlten sich ungewöhnlich träge an. Was ist das für ein Geräusch? Es ist laut, aber scheint irgendwie weit weg zu sein. Hör mal, hör mal! Also, meine Mama, die macht den ganz leckersten Eintopf der Welt. Ihr müsst ihn probieren. Ich höre jetzt die Stimme eines kleinen Mädchens. Wo habe ich diese Stimme schon einmal gehört? Ich kann mich nicht erinnern. Das klingt nach etwas, auf das man sich freuen kann. Aber ich sage nur, dass Effels Küche nicht verlieren wird, okay? Und jetzt ist es eine Männerstimme. Diese Stimme. Wo habe ich? Ach, mein Kopf tut weh. Nein. Die von meiner Mami ist die beste. Aber da du mir nicht glaubst, probiere ich doch einfach beide und vergleiche sie selbst. Was habe ich vorhin eigentlich gemacht? Ich habe das Gefühl, es war etwas sehr Wichtiges. Ruka, ich habe dir doch gesagt, du sollst die ehrenwerten Abenteurer nicht belästigen, oder? Was ist mit Setsuna, Nana und Miyabi passiert? Das Letzte, was ich getan habe. Hahaha, das macht mir gar nichts aus. Es ist immer noch ein weiter Weg nach Torai. Ich freue mich über das Gespräch. Der Besitzer dieser Stimme. Ich war der Letzte. Setsuna und die anderen. Hallo, Mann, endlich bist du wach. Tuya spürte, wie sein Bewusstsein langsam zu ihm zurückkehrte. Als er die Augen öffnete, sah er einen klaren, blauen Himmel, der völlig wolkenlos war. Sehr, sehr langsam setzte er sich auf, sein Verstand war immer noch benebelt. Er versuchte, sich auf die Gesichter vor ihm zu konzentrieren, eins nach dem anderen. Da war das kleine Mädchen, das in Schwarzwinds Versteck gefangen gehalten worden war, die Mutter des Mädchens, und... Tuya, richtig. Fühlst du irgendwo Schmerzen? Der schwarz gekleidete Mann, mit dem er bis zu dem Moment, als er ohnmächtig wurde, gekämpft hatte. Du? Geh weg von dem Mädchen. Beruhigen Sie sich erst einmal. Du solltest wahrscheinlich noch nicht aufstehen. Ruhen Sie sich noch ein wenig aus. In dem Moment, in dem Tuya den jungen Mann erkannte, hatte er versucht, aufzuspringen und sich auf ihn zu stürzen. Daraufhin machte der Fremde eine lässige Gäste, und eine unsichtbare Kraft drückte ihn wieder zu Boden. Der Held, der sich gerade erst erholt hatte, war nicht in der Lage, sich gegen das zu wehren, was sich wie ein mächtiger Luftdruckzauber anfühlte. Zu seiner völligen Frustration wurde er einfach wieder nach unten gedrückt. Verdammt nochmal, ich werde nicht noch einmal gegen dich verlieren. Weißt du, manchmal mag es die richtige Entscheidung sein, aufs Ganze zu gehen, aber das hier ist wirklich keine dieser Zeiten. Sieh dich besser um. Und wenn du dich zu sehr anstrengst, könnten deine Wunden wieder aufbrechen. Tuya wollte sich weiter anstrengen, um sich zu wehren, aber die Worte des Fremden veranlassten ihn, innezuhalten und seine Umgebung genauer zu betrachten. Der schwarz gekleidete Mann saß im Schneidersitz, und in seinem Schuss saß das kleine Mädchen. Du kranker Bastard! Du würdest sogar Hand an ein kleines Mädchen legen! Natürlich nicht, du Idiot! Ich meinte, sieh dir an, was Ruka in der Hand hält, sagte der Mann und zeigte auf die Hände des kleinen Mädchens. Tuya glaubte zu spüren, wie der Luftdruck auf ihm ein wenig zunahm. In Rukas Armen zitterte der Schleim. Der angeblich den Abenteurern gehörte. Die die Gefangenen gerettet hatten, auf die Tuya und seine Freunde in Black Winds Versteck gestoßen waren eine Gruppe von Opfern, zu der auch Ruka und ihre Mutter gehört hatten. Dieser Schleim. Er gehört den Abenteurern, die wir retten wollten. Das ist richtig. Sein Name ist Kloto. Und ich bin dieser Abenteurer. Mein Name ist Kelvin, antwortete der Mann und zeigte auf Tuyas Verwirrung hin seine goldene Gildenkarte. Die das kann nicht sein. Die Abenteurer, die wir retten wollten, waren der große Mann und die Frau mit den magischen Juwelen, Didu. Es ist wahr, rief das kleine Mädchen. Ich habe doch gesagt, dass es der große Bruder war, der uns gerettet hat, oder? Die anderen beiden waren Freunde der bösen Banditen. Ruka, schrei nicht so, ja, ermahnte die Mutter des Mädchens. Verehrte Held, bitte verzeiht meiner Tochter ihren Mangel an Manieren. Aber was sie sagt, ist die Wahrheit. Tuya starrte sie an, sprach los. Angesichts der Aussagen der geretteten Opfer selbst konnte er nichts mehr sagen. Jetzt, wo er Zeit hatte, sich zu beruhigen, wurde ihm klar, dass der Mann sich nicht ein einziges Mal als Mitglied von Black Wind zu erkennen gegeben hatte. Nach den Umständen zu urteilen, war er wahrscheinlich derjenige, der den echten schwarzen Wind zur Strecke gebracht hatte. Sogar der Schleim, der die Helden gebeten hatte, seinen Meister zu unterstützen, gehorchte freudig den Befehlen des Mannes. Wenn man diese Fakten zusammenzählt, kommt Tuya zu der einzig logischen Schlussfolgerung. Du bist also der Abenteurer, der vorausgegangen ist. Ja, wie ich schon mehrmals gesagt habe, antwortete Calvin und löste endlich den Druck um Tuya herum auf. Können wir also dieses kleine Missverständnis hinter uns lassen? Ah, ja, es tut mir schrecklich leid. Tuyas benommener Verstand registrierte endlich die schweren, rhythmischen Schläge, die er bis dahin im Hintergrund gehört hatte. Plötzlich wurde er sich des sanften Rollens des Bodens unter ihm bewusst. Seine Gedanken waren so sehr mit anderen Dingen beschäftigt gewesen, dass er erst jetzt bemerkte, dass sie sich eindeutig bewegten. Wo sind wir? Erinnerst du dich an die schwarzen Golems, die ihr bekämpft habt? Wir reiten gerade auf einem? Ich? Wie bitte? Tuya nahm ängstlich seine Umgebung in Augenschein. Er befand sich in einem offenen Raum von der Größe eines Zimmers in einer kleinen Wohnung. Der Boden war schwarz und an den Rändern gab es Sicherheitsgeländer. In regelmäßigen Abständen waren schwere Schritte zu hören, die sofort von einem Gefühl des Vorwärtsrollens des Bodens begleitet wurden. Um ehrlich zu sein, hatte ich den Transport der Menschen, die wir befreien wollen, nicht ganz durchdacht. Ich bin so froh, dass die Magie der Golemerschaffung am Ende doch noch funktioniert hat. Mein Gott, der große Bruder ist so ein Tollpatsch. Und Tuya konnte nur mit leerem Blick zuschauen, wie Kelvin, die Mutter und das Mädchen zusammen lachten. Nachdem er sie eine Weile beobachtet hatte, fing er plötzlich an. Warte, Setzuna und die anderen. Und die anderen geretteten Gefangenen. Wo sind sie? Ich habe sie mit meinen Gruppenmitgliedern auf einen anderen Golem gesteckt, bis wir die Sache geklärt haben. Und jetzt, wo ich die Sache mit dir, ihrem Anführer, geklärt habe, solltet ihr euch wohl wieder treffen. Wartet einen Moment. Sarah, ich habe die Sache mit Tuya geklärt. Kannst du die anderen hierher bringen? Klar doch. Ich fing gerade an, mich zu langweilen. Ich bringe sie alle auf einmal rüber. Ich wandte mich wieder an den verwirrten Helden. Mein Begleiter bringt deine Freunde gleich rüber. Ah, sieht aus, als wären sie schon da. Was? Ich blickte nach oben, was Tuya veranlasste, mir zu folgen. Etwas näherte sich unserer ungewöhnlichen Kutsche. Wir sind da. Mit einem explosiven Geräusch hatte Sarah ihren großen Auftritt und fiel mit Nana und Miyabi unter den Armen und Setzuna auf dem Rücken vom Himmel. Es war leicht zu vergessen, dass Sarah als Dämonienflügel hatte. Dank ihrer Klammer der Tarnung waren diese Flügel normalerweise unsichtbar, aber sie behielten ihre Funktion. Gepaart mit ihrer Flugfähigkeit hatte sie so ziemlich die völlige Freiheit zu fliegen, wohin sie wollte. Ich glaube, ich muss mich gleich wieder übergeben. Das war eine neue Erfahrung. Im Gegensatz zu Nana, deren Gesicht blass war, während sie sich die Hand vor den Mund hielt, funkelten Miyabis Augen wie Sterne. Es war wie der Unterschied zwischen jemandem, der Achterbahnen liebte, und jemandem, der damit überhaupt nicht zurechtkam. Mir war langweilig, also bin ich so schnell gekommen, wie ich konnte. Lass uns Tee trinken, Calvin. Sieht aus, als hättest du mehr als nur die Herois mitgebracht. Eiffel hat diese Snakes für uns vorbereitet, damit wir sie genießen können. Sie hört wirklich auf alles, was du sagst, nicht wahr? Ich habe sie auch eingeladen, mitzukommen, aber sie hat gesagt, dass sie stattdessen weiter Ausschau halten wird. Findest du nicht, dass sie manchmal ein bisschen zu ernst ist? Ich will auch etwas essen. Ruka, Schatz, wie oft muss ich dir noch sagen? Apropos, ich hatte Eiffel tatsächlich gebeten, mit ihrem Fasig nach uns Ausschau zu halten. Ich sollte wohl etwas tun, um es wieder gut zu machen, wenn wir wieder in Torai sind. Hey, Tuya, also? Du hast alles gehört? Fragte Setsuna, als sie von Siras Rücken heruntersprang. Ja, das habe ich. Es hat sich herausgestellt, dass das alles ein Missverständnis war. Setsuna, Nana, Miyabi, es tut mir leid, dass ich euch in mein Chaos hineingezogen habe. Tuya verneigte sich vor seinen Freunden und entschuldigte sich. Dann wandte er sich mir zu und ging auf die Knie. Kelvin san, es tut mir so leid, dass ich aufgrund eines Missverständnisses so extrem gehandelt und dir dabei so viel Ärger bereitet habe. Als Tuya sich in Position brachte, um sich niederzuwerfen, folgten die anderen Helden hinter ihm. Ich versuchte schnell, sie alle aufzuhalten, weil ich völlig aus dem Häuschen war. Schließlich war ich derjenige, der das Ganze aus einer Laune heraus so eingefädelt hatte. Andererseits ist der blinde Gerechtigkeitssinn dieser Helden ein wenig beunruhigend, und vielleicht hat ihnen dieser Vorfall zu denken gegeben. Es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken. Viel wichtiger ist, dass ihr euer Wort bezüglich des vereinbarten Preises haltet. Wenn ihr diese eine Sache für mich tut, bin ich gerne bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Damit erklärte ich die Umstände der Niederlage von Black Wind in allen Einzelheiten. Nachdem Miss Zahn ihnen auch die Grundlagen erklärt hatte, erklärten sich die vier bereit, zu kooperieren. Wenn unsere Identität als Helden jemandem helfen kann, dann ist es unsere Pflicht, diesem Bedürfnis nachzukommen. Es würde jedoch nicht als Strafe für uns dienen. Calvin Sun, haben sie sonst nichts, was wir tun sollen? Sonst noch etwas? Eh? Ich möchte, dass ihr etwas tut? Meine Worte verstummten, als ich einen kurzen Blick auf Sarah und Ruka warf, die offenbar schon mit dem Essen angefangen hatten. Kommt schon, ihr habt ohne mich angefangen. Ich meine, das ist schon in Ordnung, aber trotzdem. Ruka, hast du irgendwelche guten Ideen für Bestrafungen? Bestrafungen? Hem? Wie wäre es mit Seiza? Seiza. In Torai müssen böse Jungen und Mädchen in einer Pose sitzen, die Seiza genannt wird, während sie gescholten werden. Das ist sehr hart. Nun gut? Also gut? Ihr bleibt in dieser Seiza-Pose sitzen, bis wir Torai erreichen? Hm. Wie lange wird das sein, Calvin Sun? Auf diesem Golem reiten? Etwa einen halben Tag. Tuya und Nana erstarrten vor Schreck. Setsuna spürte ihre Reaktion und wandte sich ihnen besorgt zu. Ich bin es ja selbst gewohnt, aber werdet ihr beide es schaffen. Die letzte Heldin, Miyabi, hatte diesen Begriff offenbar noch nie gehört. Setsuna, kennst du das? Was ist Seiza? Auf dem rhythmisch rollenden Boden des großen Golems sitzend, der sich auf Torai zu bewegte, erfuhren die Helden, dass ihre wahren Prüfungen gerade erst begonnen hatten. Schon bald hatten wir die geretteten Gefangenen erfolgreich nach Torai zurückgebracht. Da der Transport-Golem bei einem Spaziergang bis zu den Stadttoren übermäßig viel Aufmerksamkeit erregt hätte, stiegen wir in einiger Entfernung ab und legten das letzte Stück zu Fuß zurück. Abgesehen von Setsuna waren alle Helden völlig erschöpft, also brachte ich sie mit Hilfe der weißen Magie wieder auf die Beine. Miyabi schien durch die Seiza-Tortur leicht traumatisiert worden zu sein, aber... Nun, dafür gab es kein magisches Heilmittel. Da die Abenteurer-Gilde die Königin von Torai bereits benachrichtigt hatte, hatte ich erwartet, dass wir mit einem riesigen Fest begrüßt würden und die ganze Stadt in voller Stärke aufmarschieren würde. Aber nein. In der Gilde war jedoch ein Vertreter des königlichen Palastes anwesend, und als wir ankamen, unterhielt er sich besorgt mit Miszahn. Als der Vertreter uns sah, musterte er die Gesichter der Frauen, die wir gerettet hatten, und wandte sich dann einer bestimmten Frau zu. Beide brachen in Tränen aus und umarmten sich heftig. Wie sich herausstellte, waren die beiden verlobt, und es war eine dieser Stereotypen, emotionalen Heimkehr-Szenen. Die Frau war erst neulich auf dem Weg nach Paz verschwunden, woraufhin ihr Verlobter eine Vermisstenanzeige bei der Gilde aufgegeben hatte. Wie es der Zufall so wollte, war er der ernannte Vertreter, als Miszahn die Königin wegen der heiklen Situation mit Blackwind kontaktierte. Seitdem war er Tag ein, Tag aus bei der Gilde vorbeigekommen und hatte sich immer wieder nach Neuigkeiten erkündigt. Das Paar weinte sehr und bedankte sich immer wieder bei mir. Die anderen Frauen, darunter Ruka und ihre Mutter, Elisan, wurden unter den Schutz der Gilde gestellt, die in Zusammenarbeit mit den höheren Stellen in Tora ihre Identitäten überprüfen würde. Es würde wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, bis Paz, der Amis und Gaun von dem Vorfall Wind bekämen und Erkündigungen bei Trützen einziehen würden. Wir hatten jetzt die Zeugenaussagen der Helden, also gab es keine Möglichkeit, dass Trützen sich aus der Sache her auswinden konnte. Wir sehen uns bald wieder, großer Bruder. Vielen Dank, geschätzte Abenteurer und Helden. Nach der Verabschiedung von Ruka, die energisch mit den Armen winkte und die ganze Zeit auf Wiedersehen, rief, bis sie aus dem Blickfeld verschwand wurden meine Gruppe, die Helden, Emma, Mist und ich zur Burg Tora eskuriert. Es schien, als wollte sich die Königin persönlich bei uns bedanken. Ich wusste, dass dies das Treffen war, das darüber entscheiden würde, ob ich endlich Reis in die Hände bekommen würde. Nach meinem früheren Gespräch mit Mistsan wurde diese spezielle Sorte deren Beschreibung der des modernen japanischen Reises sehr ähnlich klang nur in Tora geerntet. Obwohl er ein lokales Grundnahrungsmittel war und daher in den Gasthäusern serviert wurde, war er kein Exportprodukt, und nur ständige Einwohner von Tora durften ihn kaufen. Ich wollte ihn natürlich jeden Tag essen können. Ich bezweifelte, dass ich von vornherein sagen könnte. Also gut, gebt mir Reis, aber ich dachte, ich hätte vielleicht eine Chance, je nachdem wie die Verhandlungen verliefen. Bitte erteilen Sie mir eine besondere Kaufgenehmigung. Die Burg Tora lag auf einer kleinen, abgelegenen Insel vor der Küste. Wie die Stadt selbst, schien auch ihr Baustil einen leichten japanischen Einfluss zu haben. Das wunderschöne Gewässer, das der Stadt gegenüber lag, wurde Drachenmeer genannt, und es hieß, dass dort der Wasserdrachenkönig lebte. Es gab viele damit verbundene Geschichten und Legenden. Z. B. Wie während eines vergangenen Krieges ein Sturm aufkam, um ankommende feindliche Schiffe zu versenken, oder wie ein gigantischer Drache erschien, um die Feinde zu verjagen. Infolgedessen verehrten die Torai den Wasserdrachenkönig als ihren nationalen Beschützer und schätzten das Meer sehr. Unsere Prozession bestieg am örtlichen Hafen ein Boot, das die einzige Möglichkeit darstellte, die Burg zu erreichen. Während der Fahrt leuchteten Siras Augen förmlich, als sie das erste Mal auf dem Wasser unterwegs war. Aus der Nähe sieht das Wasser so klar und schön aus. Es ist wirklich schön, stimmte Eiffel zu. Und es ist so klar, dass man sogar die Fische von hier aus sehen kann. Was? Fische? Wo denn? Da drüben? Ah, da drüben sind auch welche. Ich habe selbst ziemlich gute Augen, aber ich kann nichts sehen. Eiffel zeigte auf die Stelle, die sie gemeint hatte. Doch wie Sera konnte ich nicht einmal die Silhouetten im Wasser ausmachen. Aber das war bei Eiffels Fähigkeit, weitsichtig zu sein, auch kein Wunder. Wenn es keine Hindernisse gab, konnte sie Nun ja, sehr weit sehen. Ich wette, wenn sie die Fähigkeit auf Rang es erhöhen würde, könnte sie sogar über den Horizont hinaus sehen, dachte ich scherzhaft. Glücklicherweise konnte sie die Entfernung ihres Vermögens nach Belieben einstellen, sodass die Fähigkeit ihr tägliches Leben nicht beeinträchtigte. Als wir uns der Burg näherten, begannen die Helden über unser Ziel zu plaudern. Das ist also die Burg Torai. Es sieht ein bisschen aus wie ein japanisches Schloss, murmelte Tuya. Findest du das auch, Kansaki-kun? Die Drachenverzierungen auf dem Dach sehen ein bisschen wie Shachyokos aus, oder? Hm, das habe ich mir auch gedacht. Ich nehme an, wir Japaner haben diesen Eindruck. Die Legenden besagen, dass der Gründer unseres Königreichs aus einer anderen Welt herbeigerufen wurde, genau wie ihr. Es könnte sein, dass seine Heimatstadt die gleiche war wie eure, bot Mistsan an. Die gleiche wie unsere. Wurde er von einem früheren Orakel von der Amis herbeigerufen, so wie Colette uns herbeigerufen hat. Die Orakel beschwören nur Helden, also glaube ich, dass unser Gründer auf einem anderen Weg in diese Welt gelangt ist. Obwohl solche Individuen selten sind und nicht viel über andere Formen der Seelenwanderung bekannt ist, gibt es glaubwürdige Aufzeichnungen, die ihre Existenz belegen. Setsuna sah nachdenklich aus. Das hört sich nach dem an, was wir in unserer Welt, entführt werden, nennen würden. Wer weiß, vielleicht gibt es solche Menschen näher, als wir denken. Ahaha, Setsunachan, wie stehen die Chancen dafür, lachte Nana. Du hast recht, ich nehme an. Das wäre doch ziemlich weit hergeholt, oder? Ahaha, aber hier ist einer. Diese Setsuna scheint ziemlich scharf zu sein. Geht es nur mir so, oder hat sie mich auch irgendwie im Verdacht, ein Fremder zu sein? Ich hatte meine Herkunft längst meinen eigenen Gruppenmitgliedern offenbart, nachdem ich von Rio enttarnt worden war. Obwohl ich ziemlich viel Mut aufbringen musste, um die Wahrheit zu verkünden, nahmen alle die Nachricht gelassen auf. M, Meister ist Meister. Meine Loyalität zu euch wird sich nie ändern. Nun, ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Immerhin, mein König, ist eure Kraft nach allem, was man hört, unnatürlich. Ahaha, Anderswäldler. Klar, warum nicht? Aber viel wichtiger, ist meine neue Ausrüstung schon fertig? So war so ziemlich das ganze Gespräch verlaufen. Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich sie verdächtigen können, Nerven aus Stahl zu haben. Und was diese anderen Transmigratoren angeht, so waren sie wahrscheinlich Opfer der Laune irgendeines Gottes oder einer Göttin, nicht wahr? Das Thema ist allerdings ziemlich interessant. Vielleicht kann Melfina etwas Licht ins Dunkel bringen, wenn sie zurückkommt. Ich habe in der Amis keine anderen getroffen. Die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung ist geringer als das Glück von Toyas Lüstling, der verschwindet, meldete sich Miyabi. Das mit den Unfällen tut mir wirklich leid. Apropos, das ist in letzter Zeit überhaupt nicht mehr passiert. Jetzt, wo du es sagst, habe ich nichts dergleichen mehr gesehen oder gehört, seit wir Torai erreicht haben. Hast du etwa eine Flaute? Mir wäre es viel lieber, wenn du für immer so bleiben würdest. Setzuna räumt immer auf. Tuya macht immer Ärger. Es ist ja nicht so, dass ich es absichtlich mache. Öhöhö, dieses Thema klingt auch interessant. Verdammt, ich belausche sie gerade total. Aber wenn ich das Gespräch richtig verstehe, hat der große Held diese Veranlagung, die männlichen Protagonisten in romantischen Manga-Komödien so eigen ist, oder? Hahaha, wie wäre es, wenn du explodierst und stirbst, wenn du schon dabei bist? Moment mal, also diese absolute Gospelfähigkeit, die er besitzt? Ist das ihre Wirkung? Das Problem mit den einzigartigen Fertigkeiten war, dass man sie nicht mit SP erwerben konnte, was bedeutete, dass ich sie nicht nachschlagen konnte, um ihre Beschreibung zu lesen. Selbst wenn ich den Namen einer Fähigkeit kannte, hatte ich keine Möglichkeit zu überprüfen, was sie tatsächlich bewirkt. Normalerweise wärst du um diese Zeit über nichts gestolpert und hättest dich in Nenas Brust gestürzt. Die Zeit vergessen und Miyabi beim Baden erwischt oder, versehentlich, eine zufällige Passantin belästigt. Zum Glück habe ich die Fähigkeit der Gefahrenerkennung, die mir hilft, all diesen Unsinn zu vermeiden. Aber es muss das erste Mal sein, dass du so lange nichts Unangemessenes getan hast. Komm schon, setz so nah, du weißt, dass ich nicht anders kann. Und ich entschuldige mich immer ordentlich. Hey, Hiro, du musst dich ein bisschen weiter weg von Efil und Zera setzen, warnte ich. Du auch, Kelvin Sun? Ja, es sieht so aus, als ob ich mit meiner Vermutung über seine Fähigkeiten genau richtig lag. Ich nehme zurück, was ich während des Spiels gesagt habe. Er ist der gefährlichste von allen. Aus irgendeinem unbekannten Grund scheint diese zwielichtige Fähigkeit im Moment nicht zu funktionieren. Aber ich werde meine Wachsamkeit nicht vernachlässigen. Schließlich kann man nicht wissen, wann er noch mehr von seinem Stereotypen-Protagonisten Bullshit zum Besten gibt. Nachdem alle Anwesenden aus verschiedenen Gründen ihre Detektivfähigkeiten aktiviert hatten, erreichte unsere Prozession schließlich die Burg Torai. In der Burg angekommen, in der Burg angekommen, wurden wir in einen Raum von der Größe eines japanischen Bankettsaals geführt. Ich vergleiche ihn ausdrücklich mit einem japanischen Bankettsaal, weil der gesamte Boden mit Tata-Emmematten ausgelegt war. Außerdem hatte der Raum Schiebetüren aus Papier und hängende Schriftrollen als Dekoration. In fast jeder Hinsicht sah er aus wie ein Zimmer in einem traditionellen Ryokan-Gasthof zu Hause. Am anderen Ende des Raumes saß der Herrscher unseres Gastlandes. Guten Tag, Abenteurer und Helden! Ich bin zu Bakifujiwara, die derzeitige Königin von Torai. Zu meiner Überraschung war die Königin ein junges Mädchen. Ihr Äußeres ließ darauf schließen, dass sie sogar jünger als die Helden sein könnte. Doch die überwältigende Aura von Würde und Selbstvertrauen, die sie ausstrahlte, ließ keinen Zweifel an ihrem Status. Mit ihrem bodenlangen, glänzenden schwarzen Haar und dem prächtigen Kimono sah sie aus wie eine Prinzessin aus dem alten Japan. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die erste Person in dieser Welt ist, die einen Familiennamen trägt. Aber das überrascht mich nicht, wenn man die vielen japanischen Einflüsse hier bedenkt. In dieser Welt hatten nur Adlige und Könige Familiennamen. Das war ein Brauch, der in allen Ländern üblich war. Ich hatte mir mit Auge analysieren eine ganze Reihe von Statusberichten angesehen, aber ich hatte noch nie jemanden mit einem Familiennamen gesehen. Angeblich war eine hochrangige Fertigkeit namens Benennung erforderlich, um jemandem, der vorher kein Adliger war, den Adelstitel zu verleihen, aber das war im Moment irrelevant. Ich ging auf die Knie und senkte meinen Kopf. Wir sind zutiefst geehrt für diese Audienz, Eure Majestät. Mein Name ist Kelvin, und ich bin der Anführer dieser Gruppe. Da wir nur einfache Abenteurer sind, ist die Gelegenheit, Eurer Majestät vorgestellt zu werden, eine große Ehre. Hinter mir stehen Efil, Jirah und Sera. Sie alle sind meine treuen Verbündeten. Ich hatte Kloto im Moment nicht beschworen. Laut Melfina war Torai einst von einem anderen Slime-Klutonier am Rande des Zusammenbruchs zurückgelassen worden. Obwohl Kloto viel kleiner war, dachte ich mir, dass es nicht schaden würde, auf Nummer sicher zu gehen. Ich musste der Königin unbedingt jede Höflichkeit erweisen, um eine gute Beziehung zu ihr aufzubauen. Efil setzte ihre Dienstfähigkeit praktisch täglich ein, und Jirah war in der Vergangenheit ein Ritter gewesen, so dass ich mir um keinen von beiden Sorgen machte. Der Wackelkandidat war in meinen Augen Sera. Ich hatte zwar vorher mit ihr darüber gesprochen, aber würde ihr Stolz als Dämon sie daran hindern, einem Menschen Respekt zu zollen, selbst wenn dieser Mensch der Herrscher eines Landes war. Mach dir keine Sorgen. Ich war eine Prinzessin, Ich habe als Teil meiner Ausbildung gelernt, wie man andere Könige begrüßt. Und? Nun, ich würde nichts tun, was dir Ärger einbringen könnte. Die plötzliche Telepad HESCHE-Botschaft von Sera veranlasste mich, einen Blick in ihre Richtung zu werfen. Sie war auf einem Knie und in einer angemessenen Pose des Respekts. Tatsächlich schien sie eine Würde und Eleganz auszustrahlen, die derjenigen der Königin entsprach. Sieh dich an, wie eine perfekte Prinzessin. Warum machst du das nicht normal? Weil es super anstrengend ist. Ist das so? Trotz der freundlichen Stichelei fühlte ich mich ihr gegenüber wieder einmal dankbar. Alles in allem war sie auf ihre eigene Art oft rücksichtsvoll zu mir. Als nächstes stellten sich die Helden vor, woraufhin die Königin ihre Miene entspannte. Fühlt euch frei und hebt eure Gesichter. Auch ich mag es nicht, wenn man auf der Bühne steht. Ruhen sie sich ruhig ein wenig aus. Ich habe genügend Sitzplätze für euch alle hergerichtet, also lasst uns gemeinsam ein schönes langes Gespräch führen. Die Helden fingen an, aufgeregt miteinander zu tuscheln. Ich habe nicht alles mitbekommen, aber ich hörte Nana sagen, Herr Kanzaki, das sind Bodenkissen. Die sind so nostalgisch. Sie sind so weich. Und Tuya antwortete, ich weiß, nicht wahr. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf einem Bodenkissen in einem Tatami-Zimmer sitzen würde. Die Gruppe schien sich in einem seltsamen Rausch zu befinden. Möglicherweise eine anhaltende Wirkung der Seiza-Tortur beim Reiten des Golems. Mir ist aufgefallen, Kelvin Dunno, dass du und deine Gruppe trotz eures Status als Abenteurer recht versiert in Sachen Höflichkeit zu sein scheint. Die meisten Abenteurer, denen ich begegnet bin, hatten keine Ahnung von grundlegenden Umgangsformen. Der Kontrast ist mir nicht entgangen. Wir haben einen guten ersten Eindruck gemacht. Sehr schön. Wir sind solcher Worte nicht würdig, eure Majestät. Machen sie sich nicht unnötig klein, kicherte die Königin. Nach dem Halsband zu urteilen, dass eure Zofe trägt, ist sie eure Sklavin, nicht wahr. Ihr gesamtes Verhalten, sei es ihr Gang oder ihre Gästen, deuten darauf hin, dass sie genau weiß, wie sie euch als ihren Herrn mit Respekt behandeln muss. Eine Sklavin in solch ausgezeichneten Umgangsformen erzogen zu haben, zeugt von deinem Wert. Eh, Efil hat sich das alles selbst beigebracht. Trotzdem hat dieses junge Mädchen in der kurzen Zeit, seit wir den Raum betreten haben, eine Menge aufgeschnappt. Sie macht ihrem Titel wirklich alle Ehre. Wenn es um Seradolno geht, habe ich das Gefühl, dass ich es mit einem Adligen zu tun habe. Was Seradolno angeht, so scheint sein Aussehen darauf hinzuweisen, dass er ein Ritter ist. Aber ich weiß, dass es verpönt ist, in der Vergangenheit eines Abenteurers herumzuschnüffeln, also werde ich nicht weiter darauf eingehen. Was am meisten zählt, ist, dass ihr die Champions seid, die den schwarzen Wind zu Fall gebracht haben. Wir sind zutiefst dankbar für eure Rücksichtnahme. Kein Wort mehr darüber. Nun denn, ihr Helden von der Amis, ich habe gehört, dass ihr Kelvin-Dolno bei seinem Überfall auf das Hauptquartier von Blackwind eine große Hilfe wart. Eure raschen Entscheidungen und euer schnelles Handeln nach der Nachricht von Mr. No sind lobenswert. Eh, wir haben nicht. In der Tat, die Helden haben uns aus einer wirklich prekären Situation gerettet. Eh, warte mal was, Kelvin Sun. Sei einfach still und nimm die Lorbeeren, dachte ich mit einem inneren Seufzer. Wenn ihr den Dämonenlord in Zukunft ernsthaft besiegen wollt, ist der Aufbau von Verbindungen zu anderen Ländern äußerst wichtig. Betrachte es auch als eine Entschuldigung für all den Ärger, den ich dir bereitet habe. Prächtig, prächtig. Beide Parteien haben unserem Land in der Tat gut gedient. Aber ich fürchte, ich habe eine enttäuschende Nachricht. Hier nahm das Gesicht der jungen Königin einen besorgten Ausdruck an, der besser zu ihrem Alter zu passen schien. Unter normalen Umständen wäre dies ein Erfolg, der es wert wäre, die ganze Stadt zum Feiern zu bringen. Da Trützen jedoch so tief in dieser Angelegenheit verstrickt ist, werden wir die Einzelheiten nicht so bald veröffentlichen können. Ich möchte mich aber trotzdem bei Ihnen allen für die Rettung der wertvollen Bürger unseres Landes bedanken. Sagt mir, was wünscht ihr euch? Die Königin schaute abwechselnd Tuya und mich an. Tuya sprach zuerst. Wir verlangen keine Gegenleistung. Im Gegensatz zu dem, was immer Kelvin gesagt hat, haben wir nichts zur Unterwerfung des schwarzen Windes beigetragen. Alle Anerkennung und Belohnungen sollten stattdessen an seine Partei gehen. Was hältst du davon, Kelvin Donau? Nun, ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Ich dachte, er würde die Anerkennung ablehnen. In diesem Fall, wagte ich zu sagen, habe ich gehört, dass es in Tora ein Getreide gibt, von dem es heißt, es sei absolut köstlich, aber es kann nur von den Bürgern dieses Landes erworben werden. Darf ich so dreist sein und um eine Kaufgenehmigung bitten? Das ist alles, was du dir wünschst. Sie können Status, Ruhm und Geld haben, wenn sie das wollen. Es liegt in meiner Macht, vieles zu gewähren. Seid ihr euch eurer Entscheidung sicher? Wir sind Abenteurer, die ihre Freiheit genießen. Einen Status zu akzeptieren, der unserer Lebensstellung nicht angemessen ist, würde uns nur fesseln. Wenn wir die Wahl hätten, würden wir es vorziehen, unsere Mägen mit köstlichem Essen zu füllen. Schirra und Seirra nickten zustimmend, während er viel nur lächelte. Die Königin gluckste und brach dann in schallendes Gelächter aus. Was für eine seltsame Gesellschaft. Ich hatte erwartet, dass ihr von Begierde beherrscht werdet wie die Champions von Trützen. Ich wurde eines Besseren belehrt, sehr zu meiner Unterhaltung und Überraschung. Calvin Donau, kümmert euch nicht um eine Kaufgenehmigung. Ihr sollt Reissäckeweise bekommen. Wenn er zur Neige geht, schickt mir einfach einen Brief, und ich sorge dafür, dass ihr kostenlos Nachschub erhaltet. Wollten sie uns testen, eure Majestät? Natürlich nicht mit unlauteren Absichten. Hättet ihr euch für Geld oder Status entschieden, hätte ich euch gegeben, worum ihr gebeten habt, ohne euch herabzusetzen oder zu betrügen. Das bedeutet nur, dass ich Gefallen an ihnen gefunden habe. Das Lachen der Königin ertönte erneut angenehm und zeugte von einer offensichtlich guten Laune. Es sieht so aus, als wären die Verhandlungen recht gut verlaufen. Tuya Donau, fuhr die Königin fort, du bist wirklich der Held, von dem man sagt, dass du es bist. Ihr besitzt eine einfache Ehrlichkeit und eine geradlinige Persönlichkeit. In Maßen sind das wunderbare Eigenschaften. Wenn du es jedoch zu weit treibst, werden sie dich in einen frühen Tod führen, wahrscheinlich auf eine Art und Weise, die auch deine Verbündeten nicht ungeschoren davon kommen lässt. Natürlich, eure Majestät, antwortete Tuya und ballte die Fäuste. Aber seien sie nicht so streng mit sich selbstständig. Wir alle lernen mit dem Leben. Was am meisten zählt, Tuya Donau, sind unsere Erfahrungen und die Anwendung der Lektionen, die wir daraus lernen. Sezuna Donau, Nana Donau und Mea Pi Donau, sorgt dafür, dass ihr ihn bei Bedarf unterstützt. Ich werde mir eure Worte zu Herzen nehmen, eure Majestät. Gute Antwort. Nun denn, obwohl bescheiden, habe ich für heute Abend ein Festmahl vorbereitet. Ich bete, dass ihr es alle genießen werdet. Die Königin klatschte einmal in ihre kleinen Hände, und mehrere Schirme an der Seite des Raumes öffneten sich und gaben den Blick auf Dienerinnen frei, die eine große Auswahl an Speisen brachten. Nenas Augen funkelten. Ich kann es nicht glauben. Sie haben Sashimi und Takiko Emigo Hen. Und ist das auch ein Topf für Nabe? Erstaunlich, das ist alles japanische Küche. Sezuna sah ebenfalls tief beeindruckt aus. Soweit ich sehen kann, sind die Zutaten nicht ganz die gleichen, aber das ist zweifellos japanische Küche. Ich habe gehört, dass ihr Helden aus einem Land namens Japan kommt, aus dem der Gründer unseres Königreichs, Torayifujiwara, ursprünglich stammte. Er hat viel von seiner einzigartigen Kultur in diesem Land zurückgelassen, und so hoffe ich, dass der heutige Abend als kleine Erinnerung an eure Heimat dienen kann. Was Calvindulno betrifft, so können sie dies als Gelegenheit nutzen, um den Reis zu probieren, auf den unser Land so stolz ist. Ich werde dieses Angebot dankbar annehmen. Wenige Augenblicke später hatte ich den ersten Bissen Reis genommen, seit ich auf dieser Welt war. Das Gefühl war unglaublich köstlich und schrecklich nostalgisch. Nach der Audienz im Schloss, nach der Audienz im Schloss checkten meine Begleiter und ich in dem Gasthaus ein, in dem die Königin uns Zimmer besorgt hatte, und faulenzten zum ersten Mal seit langem einfach nur herum. Ich las ein Buch, Sarah lag auf ihrem Bett und nippte an ihrem Fruchtsaft, und Schirra polierte sein geliebtes Schwert. Efil kochte unten in der Küche das Abendessen für uns, und auf ihrer Schulter saß wieder einmal ein winziger Klon von Cloto. Die Reis waren in ihren eigenen Zimmern. Oh, ja. Sarah und Schirra, habt ihr keine Familiennamen? Als ich den Vertrag mit den beiden abgeschlossen hatte, hatte ich ihren jeweiligen Status überprüft. Keiner von ihnen hatte einen Familiennamen angegeben. Sarah schaute hinüber. Wie kommst du denn darauf? Das Thema kam mir gerade in den Sinn, als wir die Königin trafen und sie, Fuiwara, als Familiennamen angab. Wenn ich mich recht erinnere, haben hier nur Adelige und Könige Familiennamen, oder Sarah, da du eine Prinzessin bist, gehörst du zum Adel, und Schirra, da du ein Ritter bist, gehörtest du damals zum Adel, richtig? Warum habt ihr also nur Vornamen? Ah, das ist es, was du meinst. Hem, wie kann ich das erklären? Ihr kennt die Fähigkeit der Namensgebung, mein König. In einem allgemeinen Sinn, denke ich. Ich habe nur einen kurzen Blick darauf geworfen, als ich auf meinem Statusbildschirm durch die Registerkarte Fertigkeiten blätterte. Mit dieser Fertigkeit werden doch Familiennamen hinzugefügt, oder Die Fähigkeit benennen diente im wahrsten Sinne des Wortes dazu, Menschen und Dingen einen Namen zu geben. Bei einem niedrigen Rang konnte der Anwender seinen persönlichen Gegenständen einen Namen geben. Mit der Einschränkung, dass der Rang des Gegenstands gleich oder niedriger als der der Fertigkeit sein musste. Bei einem höheren Rang konnte er mit der Erlaubnis des Besitzers die Gegenstände eines anderen benennen. Wenn der Rang hoch genug ist, können sogar Zaubersprüche und die Namen anderer Personen geändert werden. Das einzige Problem war, dass Namen, die mit dieser Fertigkeit geändert wurden, auf dem Statusbildschirm in blauer Schrift angezeigt wurden, so dass diese Fertigkeit insgesamt nicht sehr verbreitet war. Das ist richtig. Wenn ein Land ein neues Mitglied des Adels aufnimmt, muss bei der Zeremonie ein Beamter anwesend sein, der über die Fähigkeit der Namensgebung in einem hohen Rang verfügt. Diesem Beamten obliegt es, den neuen Familiennamen zu verleihen. Ich bin mir über die genauen Einzelheiten nicht sicher, aber ich glaube, dass die Fertigkeit mindestens den Rang A haben muss. Rang A Mit anderen Worten, man müsste sowohl mit Talentpunkten als auch mit Wachstumspunkten gesegnet sein, nur um diese eine Fähigkeit auf einem so hohen Rang zu erhalten. Das klingt nach einer ziemlichen Last. Deshalb gibt es ganze Familien, die alles tun, um von Generation zu Generation Namensträger des Rang A hervorzubringen, um ihre Macht und Ehrenposition und ihren Platz am Hof zu sichern. Für solche Familien gehört es auch zu ihren Aufgaben, einen Nachfolger heranzuziehen. Wir Dämonen sind etwas lockerer mit der ganzen Namensgebung, fügte Sarah hinzu. Die meisten Dämonen sind sehr ehrgeizig und bereit, alles zu tun, um in den Adelsstand aufzusteigen. Daher war es nicht ungewöhnlich, dass Dämonenrassen wegen eines einzigen Namensgebers in einen Krieg ausbrachen. Deshalb haben sich die Dämonen auf eine einfache Regel geeinigt. Wenn du einen Familiennamen durch jemanden erwirbst, der die Fertigkeit benennen besitzt, bist du ein Adliger. Und jeder Inhaber der Fähigkeit kann nur eine Person benennen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist das der Grund, warum so viele Dämonenfürsten aus der Dämonenrasse stammen? Was sollte jemanden daran hindern, massenhaft Namensgeber zu produzieren? Was seid ihr Dämonen, kriegerische Barbarenstämme? Wirklich? Ich dachte, diese Regel würde dir gefallen, Kelvin? Auf jeden Fall habe ich das alles nur aus Büchern gelernt, die Realität. Die Realität könnte also ganz anders aussehen. Ganz zu schweigen davon, dass seit meiner Zeit als Prinzessin eine Menge Zeit vergangen ist. In der Menschenwelt wird die Namensgebung völlig anders gehandhabt, bot Gera an. Familiennamen werden nur während einer speziellen Zeremonie verliehen, die jedes Land zweimal im Jahr veranstaltet. Denjenigen, die die Fähigkeit der Namensgebung besitzen, ist es verboten, sie ohne ausdrückliche Erlaubnis ihrer Regierung zu benutzen. Jedes Land führt streng Buch über die Träger von Familiennamen, und es ist ein Verbrechen, sich aus heiterem Himmel zum Adeligen zu erklären. Interessant, interessant. Hey, warte einen Moment. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte das Schwein von einem Prinzen, das sich damals in Parts mit mir angelegt hat, auch keinen Familiennamen. Warum war das so? Was ist mit Kindern, die von Adeligen Eltern geboren werden? Erben sie nicht von Geburt an den Familiennamen? Nein, das tun sie nicht. Alle Kinder müssen sich einer Namensgebungszeremonie unterziehen, um den Familiennamen zu erhalten. Die Einzelheiten hängen von der Familie ab, aber in der Regel geschieht dies, wenn das Kind bereit ist, auszuziehen und unabhängig zu werden. Das bedeutet, dass das kleine Schweinchen noch nicht unabhängig war, oder? Soweit ich weiß, kann das bei königlichen Kindern anders sein. Ich verstehe. Danke, ich glaube, ich verstehe jetzt das Wesentliche. Also, um das Gespräch ein wenig zurückzudrehen. Sera und Schirra, seid ihr beide nicht adlich. Ich bin königlich, was etwas anderes ist als Adel. Trotz allem, was passiert ist, war mein Vater immerhin ein König. Die Sache ist die, dass er mich bei meiner Flucht bewusstlos zurückgelassen hat, also weiß ich nicht einmal, wie oder warum mein Familienname weg ist. Klingt für mich so, als hätte dein Vater den Dämon, der dich benannt hat, dazu gebracht, es rückgängig zu machen, Mädchen. Hättest du deinen Familiennamen behalten, hätte das eine Menge unerwünschter Aufmerksamkeit auf dich gezogen, oder? Namensgeber können jede Benennung, die sie vorgenommen haben, mit der Erlaubnis eines Blutsverwandten der benannten Person rückgängig machen. Wenn man bedenkt, wie viel Mühe sich Dämonenfürst Gustav gemacht hat, als er Sera einsperrte, einschließlich der Vorkehrungen, dass andere Dämonen ihre Ketten nicht berühren konnten, und dafür sorgte, dass sie den Tarnungsklip hatte, um sich zu tarnen, würde es mich nicht überraschen, wenn er auch ihren Familiennamen löschen ließ. Sera hat nicht ganz Unrecht. Einsame Adlige sind eine gute Zielscheibe für böse Menschen. Nun, jeder, der es auf mich abgesehen hat, wird meine Faust fressen, also sollte es mir gut gehen. Das ist nicht ganz das, was ich meinte. Was mich betrifft, fuhr Girard fort, obwohl ich ursprünglich aus einer Bauernfamilie stamme, habe ich dank der Großzügigkeit des Königs von Acht, Alkal tatsächlich einen Familiennamen erhalten, als ich zum Hauptmann der Ritter ernannt wurde. Wenn ich raten müsste, hätte ich meinen Familiennamen wahrscheinlich verloren, als ich als Schwarzgeistritter zurückkehrte. Die Verwandlung in ein Monster muss die Namensgebung rückgängig gemacht haben. Mit anderen Worten, es gibt Möglichkeiten, einen Familiennamen zu verlieren, außer dass er einfach vom Namensgeber widerrufen wird. Ich denke schon, antwortete Sera. Auf jeden Fall bin ich jetzt einfach nur die alte Sera. Und dieser sehr zuverlässige Schild ist einfach der alte Girard. Das hat doch gut geklappt, oder nicht? Sie schenkte uns ein friedliches Lächeln, während sie sich mit dem Gesicht nach unten auf das Bett drehte und mit den Beinen zu flattern begann. Obwohl ich es nur ungern zugeben wollte, spürte ich, wie mein Herz einen Schlag aussetzte. Klopf, Klopf, Das verhaltene Klopfen an der Tür verriet, dass Eiffel auf der anderen Seite war. Meister, das Abendessen ist fertig. Ich habe gelernt, wie man Reis richtig kocht, und ich habe alle japanischen Rezepte auswendig gelernt, die mir der von der Königin geschickte Koch beibringen konnte. Gut gemacht, Eiffel. Ich bin so froh, dass wir uns nicht auf die sehr begrenzten Kochkenntnisse in meinem Gedächtnis verlassen müssen. Jetzt kann ich jeden Tag Reis genießen, auch nach meiner Rückkehr nach Paz. Du bist se MVP? Ohne darüber nachzudenken, hob ich Eiffels schlanken Körper hoch und begann, sie im Kreis zu drehen. Was? Ich habe vielleicht den niedrigsten Stärkevert in unserer Gruppe, aber selbst ich bin zu so etwas fähig. Selbst wenn ich am unteren Ende der Stärke meiner Gruppe liege, bin ich immer noch stärker als der durchschnittliche Abenteurer. M.M. Meister, mir wird schwindelig. Hahaha. Und was ist daran so schlimm? Das ist ein Grund zum Feiern. Aber es ist peinlich. Natürlich hörte ich nicht auf. Ich werde ewig weiter spinnen. Oh, es ist schon eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal eine so spontane Reaktion von Eiffel gesehen habe. Wirklich? Das ist ihre Spontaneität. Naja. Ich schätze, das ist irgendwie anders als ihr übliches cooles Auftreten. Sie hat angefangen, auf ihr Benehmen zu achten, nachdem sie ein Dienstmädchen geworden ist. Ihre niedlichen Reaktionen jetzt sind so, wie sie am Anfang war. M.M. Meister, hör auf! Sitz! Was bin ich? Ein Hund! Eiffels aufgeregtes Gekreische dauerte noch eine Weile an. Hey! Leute! Was ist hier los? Hey! Was machst du da? Kelvin San! Tuya war gekommen, um nach der Quelle des Lärms zu suchen. Er war allein, denn auf Setzonas Wunsch hin, was die Schlafmöglichkeiten anging, hatte man ihm ein separates Zimmer zugewiesen, ganz allein. Da wir uns die Mühe gemacht hatten, da wir uns die Mühe gemacht hatten, den ganzen Weg in ein anderes Land zu reisen, wollten Eiffel, Sarah und ich den Tag mit einer Stadtbesichtigung in Toray verbringen. Schirar machte sich allein auf den Weg, da er den Hirös bei der Auswahl neuer Ausrüstung helfen wollte. Also war ich allein unterwegs, mit einer schönen Frau und einem süßen Mädchen an meiner Seite. Das war ein ziemlich auffälliger Anblick, um es milder auszudrücken, und wir trafen auf eine Reihe von Ganoven, die versuchten, uns anzusprechen. Jedes Mal setzte die gnadenlose Sarah sofort ihre Fäuste ein, und so war es an mir, als dem schwächsten Mitglied der Gruppe, solche Annäherungsversuche sanft abzuwehren. Um keinen weiteren Ärger zu verursachen, beschlossen wir schließlich, einige relativ leer stehende Geschäfte zu besuchen. Calvin, Calvin, kauft das für mich. Sieh nur es ist so kunstvoll. Als wir in einem Antiquitätengeschäft stöberten, kam Sarah mit einer verdächtig aussehenden Dekoration in der Hand heraus, die eine flüchtige Ähnlichkeit mit einer buddhistischen Statue hatte. Aber ein so dämonisches Design aufwies, dass ich mir vorstellen konnte, wie ein zwielichtiges Sektenmitglied versuchte, mich davon zu überzeugen, dass es ihr einziger wahrer Gott war. Oh, richtig, dieses Mädchen ist ein Dämon. Was willst du denn damit machen? Eh? Das Böse abwehren. Ich sehe nur, dass es das Böse anzieht. Leg es zurück, wo du es gefunden hast. Was? Aber es sieht so cool aus. Da wir vorhatten, etwas Bestimmtes zu kaufen, hatten wir im Moment nicht allzu viel Geld zur Verfügung. Und obwohl wir etwas Geld übrig hatten, wäre es für Siras Bildung nicht förderlich gewesen, wenn ich sie hätte kaufen lassen, was sie wollte. Sie bedrängte mich unablässig, aber ich blieb hartnäckig. Meister, da drüben? Hm? Was ist los? Diesmal war es Eiffel, die sprach. Es hörte sich aber nicht so an, als hätte sie etwas gefunden, was sie wollte. Vielmehr hatte sie einen besorgten Gesichtsausdruck, als sie auf das Schaufenster des Ladens zeigte. Ich würde natürlich alles, was Eiffel wollte, sofort kaufen. Calvin. Unser Gespräch ist noch nicht zu Ende. Was mich betrifft, ist es schon längst vorbei. Ernsthaft, wie wäre es, wenn ihr über etwas Konstruktiveres reden würdet? Also, Eiffel, was sehen wir uns an? Während ich versuchte, Siras empörte Proteste zu beschwichtigen, drehte ich mich um, um nach draußen zu sehen, und erkannte sofort die Gestalten von Tuya und seiner Gruppe. Shira war nirgends zu sehen, da er wahrscheinlich unterwegs getrennt worden war. Stattdessen wurden die Teenager gerade von einer der Gruppen von Ghanuven begleitet, die wir vorhin abgewiesen hatten. Sieht aus, als wäre ich vorhin ein bisschen zu sanft gewesen. Du Mistkerl. Erst dieser andere Kerl, und jetzt bringst du auch noch solche Süßen mit. Macht ihr das, um uns zu ärgern oder so? Ich bin mir nicht sicher, wovon du sprichst. Könntest du mir das mal erklären? Halt die Klappe. Ich habe genug. Lass mich erst mal dein hübsches jungen Gesicht in Ordnung bringen. Beruhige dich. Wie wär's, wenn wir darüber reden? Keine Sorge, ich bin sicher, wir werden uns verstehen. Tuya, diese Einstellung wird sie nur noch mehr provozieren. Ärgernis. Das muss sofort beseitigt werden. Lasst uns das tun. Ihr Mistkerle. Helft mir doch. Ein Kampf ist ausgebrochen. Was zum Teufel sehe ich mir da an? Sie nur, wie immer, Hiro und seine Freunde in eine Schlägerei verwickelt wurden. Diese Schläger sind kaum die Art von Gegnern, bei denen sie meine Hilfe brauchen, aber ich hätte nicht gedacht, dass die öffentliche Ordnung in Torai so schlecht ist. Könnte das für alle Helden normal sein? Oder passiert das speziell wegen Tuyas Veranlagung? Wie auch immer, diese eine Episode reicht aus, um mir zu zeigen, wie schwer Setzuna es jeden Tag hat. Sollten wir ihnen nicht helfen, fragte Efil und nahm ihren Bogen aus Klotos Lager. Nein, das ist nicht nötig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas bringt, sich mit solch niederen Gegnern herumzuschlagen, und es ist ja nicht so, dass die Helden nicht auch allein mit ihnen fertig werden könnten. Außerdem bringt es wahrscheinlich mehr Ärger als Nutzen, sich in Tuyas Angelegenheiten einzumischen. Nein, wo ist Sarah? Unsere andere Begleit-Ehren, die kurz zuvor noch lautstark neben mir gejammert hatte, war nicht mehr bei uns im Laden. Die dämonische buddhistische Statue, an der sie so sehr gehangen hatte, rollte achtlos auf dem Boden herum. Meister, draußen? Da drüben? Wo? Efil deutete wieder aus dem Fenster, also schaute ich wieder hinüber. Bleib sofort stehen. Warum tyrannisierst du die Schwachen auf diese Weise? Dir muss man wohl ein paar Manieren beibringen. Überrascht von ihrem plötzlichen Erscheinen, rief Tuya. Sarah San. Moment mal, du bist doch mit dem schwarzhaarigen Kerl von vorhin zusammen, oder? Du hast Pech, wenn du uns wieder über den Weg läufst. Bitte warten Sie. Schwach, bezieht sich auf sie, mischte sich Miyabi ein. Dann fügte sie mit einem spöttischen Schnauben ein kurzes Schwächlinge, hinzu. Diese silberhaarige Schlampe. Wie wäre es, wenn wir uns alle beruhigen? Ich will auch nicht zur Gewalt greifen müssen, rief Tuya verzweifelt. Als ich sah, wie Sarah den Laden betrat, wie Miyabi die Gangster provozierte und wie Tuya unabsichtlich Öl in die Flammen goß, rannte ich eilig aus dem Laden. Was zum Teufel denken diese Typen? Was sie da tun? Was sie da tun? Was sie da tun? Vielen Dank.